Kennst du das Gefühl, in deiner Haut gefangen zu sein? Und willst du wissen, wie du dich befreien kannst? Wir sind Lukas und Mathis von der Anti-Arkne-Akademie und unsere Mission ist es, dir den Weg aus deiner Akne heraus zu zeigen und damit zu bewirken, dass sich nie wieder irgendjemand in seiner Akne gefangen fühlen muss. Und in diesem Sinne möchten wir uns von ganzem Herzen bei dir bedanken, dass du dir diesen Podcast anhörst und uns so bei unserer Mission unterstützt. Wir werden dir hier alle wissenschaftlichen Grundlagen mit Humor vermitteln und gemeinsam dafür sorgen, dass du dich von deiner Akne so schnell wie möglich befreien kannst. Lukas und ich, wir haben in den letzten 5 Jahren mehr als 5000 Euro in unsere Weiterbildung investiert, Zertifikate erhalten und nicht zuletzt auch sehr, sehr viel mit unserer Haut experimentiert, wodurch wir im Umgang mit Akne sehr viel Erfahrung gewinnen durften. Ich weiß noch genau, wie ich damals im Wohnzimmer meiner Eltern auf unserer roten Couch gesessen habe und einfach nur verzweifelt war. Ich hatte Akne und war damit als Außenseiter geprägt, hatte keine guten Freunde und meine Noten wurden auch zunehmend schlechter. Ich war einfach gefangen, weil ich nicht einmal die Hoffnung auf einen Ausweg hatte. Ich kannte ihn einfach nicht. Ich habe davon geträumt, dass ich eines Morgens aufwache und meine Akne auf wundersame Weise weg ist und darüber nachgedacht, wie viel ich bereit wäre, für diesen einen Moment zu geben. Dieser Moment kam leider nie. Aber eines Tages habe ich ein Video auf YouTube gesehen, wo ein Mensch Akne mit Ernährung in Verbindung brachte. Darüber habe ich vorher nie wirklich nachgedacht und auch keinen richtigen Zusammenhang zwischen Akne und Ernährung gesehen. Was sich nach diesem Video schlagartig änderte. Und genau so hat meine Reise begonnen. Ich hoffe, Lukas und ich, wir können eine ähnliche Inspiration für dich sein und dir dieses Wissen weitergeben. In dem Sinne, danke, dass du bis hierhin zugehört hast und wir freuen uns auf dich in den nächsten Folgen vom Anti-Akne-Podcast. Untertitelung des ZDF für funk, 2017